was geht meine freunde ich bin euer allerbester bradko jasco und ich hoffe euch geht es allen gut ich hoffe ihr seid gerade am chillen und genießt den sonntagabend ich auch mit einer leckeren pfeife gerade folgendes wie der ein oder andere mitbekommen hat habe ich oder werde ich eine shisha bar öffnen in duisburg auf der lehrerstraße 25 wie es sich für einen richtigen shisha rapper gehört natürlich gehört auch eine eigene shisha bar dazu habe ich recht jungs am vierten neunten ab 18 uhr findet meine neue öffnung statt und den flyer dazu habt ihr bestimmt schon gesehen ja ich erwarte euch alle zahlreich ihr seid alle eingeladen ihr seid alle herzlich willkommen neben mir werden auch ein paar weitere brüder von mir hier sein die ihr bestimmt auch kennt ja ach ja genau mein special vom laden flair für dich auch ich habe extra tabak für dich besorgt und zwar mit karotten geschmack und ich habe eine extra barkeeperin hier die macht ja auch leckere karotten shakes das heißt du bist auch herzlich willkommen mein freund und dann kannst du mal probieren kannst du auch werbung für mich machen weißt du damit der laden ja auch läuft dank dir und ja wir sehen uns dann passt auf euch auf boah auszahlen ist nur zum vergnügen hier schönen Abend noch und wir sehen uns ciao wir sehen uns dann